Bist du verschwommen, mach's glauben, dass du läuft. Ist auf jeden Fall ausreichend verschwommen. Da haben das gerade nur so die ersten mit dem Abseitsbegriffen, werden schon wieder die Regeln geändert. Also Leute, das sind Sachen aus dem Fußball, die sich Menschen an grünen Tischen überlegen. Die Abseitsregel ist jetzt folgendermaßen geändert worden für die Zukunft. Also, ich versuche es mal vorzutragen. Bisher stand ein Spieler im Wasser und Abseits, wenn er nicht an einer Eingriff ist, gelangt der Ball von gegnerischem Verteidiger zu ihm, darf er trotzdem ein Tor schießen. Achtung, jetzt gilt, bekommt ein Spieler, der nach der alten Regel im passiven Abseits steht. Im Ball vom gegnerischen Verteidiger steht er jetzt bereits im aktiven Abseits. Das kapieren ja noch nicht mal Männer. Für alle Fußballer gilt übrigens weiterhin, Abseits ist der Schiedsrichterabfall unmöglich. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Mein Name ist Jan-Jörg Hahn, gleich viertel vor Sie. Kommen Sie gut an den Donnerstag. Kein Wiesel, so weit das Auge reicht. Verdammte Sauerei. Ja, dann sieht es tollen, wenn man nix aus dem Abseits behert. Das ist ja so, wir können uns wohl auch dir die Welt kommen, die sich für sie leben. Das ist doch ja, wir wollen. Es behert. Wir wollen uns auch wieder, wir wollen uns auch wieder corpsen, weil wir uns auch wieder wolfen. Wir wollen uns auch wieder. Das ist doch ja, wir wollen. Vielen Dank.